Das ist echt blöd man, ich brauche größeren Rucksack. Hat der ein Tragegurt irgendwas krasses am Start? Und der Workbench müssen wir herstellen, dann... Sepper, Sepper, Sepper! Zwei Sepper! Drei, vier, fünf Sepper! Alter! What the fuck? Was geht hier ab? Alter! Alter, wo kommt die? Hey, hier! Fünf, acht, neun, zehntausend! Scheiße! Scheiße, Mann! Alter! What the fuck? Kranke Scheiße, Mann! Wo kommen die alle her? Ey, hau mal ab von mir, Alter! Ah, die sind überall! Ach du Scheiße! Shit! Ist noch einer hinter mir? Oder sind die alle hinter dir her? Das sind so fünf, ungefähr sechs an mir direkt! Alter! Wo kommen die her? Alter, mein Herz! Ich denk grad so wuselst du das so rum! Die haben den Trailer getötet, Mann! Boah, was war das? Was ist das? Explodieren die? Granaten! Ach so, Glückwunsch, Granaten! Oh, ich renn bald noch in meine eigenen Granaten rein! Wenn die sterben, die können wir richtig gut looten! Die bringen voll viel zurücks! Ja, nice! Den hat gerade zweimal, zweimal Hamf gebracht, ey! Einmal Hamf, was kriegst du 110 für? Sind eh immer noch alle? Hier hat einer abgegast! Wo ist der Rest? Da hinten im Dorf! Alter, ach! LOL! Oh, die dürfen nicht mehr zu mir kommen! Einer ist nur direkt an mir! Ja, ich hab hier direkt noch einen an mir, sonst würde ich ja die abschießen! Oh! 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 Die trifft ihn halt auch nicht! Mal eben, ne? Oh! 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 schon abgestinkt. Wo ist ein Sepper hin? Voll die Welle, Mann! Die sind ins Dorf reingerannt. Voll die Gang, Mann. Richtig eklig. Silber und Whisky-Noodles, Mann. Ja, und Hemd, ne? Das Hemd bringt halt auch richtig viel. Ich glaub 110 pro. Boah, ist mich grad verschrocken, Mann. Bis zum nächsten Mal.